Ich habe mir das jetzt schon so vorgestellt, dass ich einen klassischen Vortrag mache und einfach eine gute Weile Rede und im besten Fall können wir halt dann danach noch ein bisschen diskutieren, was ihr darüber denkt und so weiter. Aber ich vergesse, ich habe auch ein paar Texte mitgebracht, die ich geschrieben habe und die findet ihr da hinten auf dem Tisch. Da fände ich das sehr cool, wenn ihr Bock habt, was mitzunehmen, aber ich habe die gerade selbst finanziert. Also wenn ihr halt schon so ein Euro plus pro Ding reinhaut, würde ich mich freuen, weil ich habe es wie gesagt selber bezahlt und stelle mich dann da auch nochmal hin, weil ich halt schon viele verschiedene Sachen schreibe und wenn, genau, man sieht es dann nicht unbedingt, was drinsteht, ich kann da halt auch noch was dazu sagen. Aber drei wollte ich schon mal nochmal zeigen, weil ich die extra gemacht habe, um herzukommen. Und zwar einen Text, der heißt Für eine neue anarchistische Synthese. Und dann, also das ist so ein bisschen so eine Antwort auf das, was gerade die Leute von der Plattform machen. Also was heißt eine Antwort? Ich habe einfach festgestellt, dass es für den synthetischen Anarchismus eigentlich fast keine Grundlagen gibt. Also wenig theoretische Grundlagen, aber eben auch keine so ethischen Grundlagen. Und in dem Text geht es darum, warum das halt cool ist sozusagen, oder wer halt sozusagen Vielfalt sagt oder sagt, dass halt verschiedene Gruppenströmungen gut sind, müsste dann auch sagen, wie das Gemeinsame halt zwischen denen hergestellt wird. Weil es eben nicht einfach so passiert, dass zum Beispiel wir sind alle Anarchistinnen oder sowas, sondern das muss halt ein aktiver Prozess sein. Ja? Was ist die Plattform? Ah, ich weiß nicht so genau, aber ich dachte, ich hätte im Internet gesehen, dass sie in zwei Tagen... Es gab schon einen Vortag, aber das heißt nicht, dass alle hier da schon mal sind. Also ich mache es kurz, ne? Es gibt da sozusagen eine neue anarchistische und offene anarchistische Organisation, die halt sagen, hier ist alles zu diffus und so weiter. Und sie wollen halt eine klarere Linie haben, also eine Einheit in der Organisation und in der Taktik und so von der Theorie her. Und alles andere sage ich später, weil es sonst zu lang dauert. Und das ist sozusagen der Versuch, da von der anderen Seite ranzukommen. Aber ich beschäftige mich eben auch mit anarchistischer Theorie. Und hier steht nicht drin, was die an sich ist oder wie die funktioniert, sondern auch das ist eher so eine Art Anregung. Und dann dachte ich, naja gut, so als dritten Teil mache ich noch was zur anarchistischen Organisierung. Und auch hier steht nicht drin, wie wir oder ihr euch jetzt organisieren sollen, sondern es ist einfach eine Reflexion darauf, wie verschiedene Strömungen im Anarchismus sich organisieren, welche Prinzipien da wichtig sind und solche Geschichten. Also wie gesagt, schaut gerne mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr davon ein paar mitnehmen wollt. Und auch zu diesem Vortrag gibt es einen Text. Das ist ein wissenschaftlicher Text, der aber nicht fertig ist. Also ich habe ihn schon mal hier. Und auch da kann ich sagen, wer von euch da Lust hat, nochmal gezielt da reinzugucken oder mit mir in Austausch zu treten, das könnt ihr gerne machen. Aber meine theoretische Arbeit, es ist mir halt wichtig, dass ich die eben nicht sozusagen losgelöst von, weiß ich nicht, sozialer Bewegung mache oder Anarchistin, sondern im Gegenteil mir ist es halt sehr wichtig, dass die Sachen, die ich mache, einfließen in das, was viele von euch wahrscheinlich sowieso tun. Und dass ich das mache, ist ja auch ein Ergebnis meiner Auseinandersetzung, meiner Erfahrung in irgendwie linken Zusammenhängen und in anarchistischen Zusammenhängen auch. Genau, das ist mir schon ziemlich wichtig, das halt immer wieder zu verbinden, zu versuchen. Aber weil diese Theoriearbeit halt leider doch sehr aufwendig ist, hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich das recht viel einfach mache in letzter Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren. Und zum Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft, da ist mir aufgefallen, dass das, und so steht es ja hier, tatsächlich eine ganz wichtige, vielleicht zentrale Frage im Anarchismus ist. Wie geht das zusammen? Wie geht das zusammen, dass wir Einzelnen unsere Leben halt gestalten und nicht zum Beispiel über unsere Wünsche oder Bedürfnisse gehen, sondern im Gegenteil die beachten und schauen, wie wir sozusagen selber für uns ein erfülltes Leben haben können, uns auch verwirklichen können. Und wie gelingt es aber gleichzeitig, kollektiv zu werden, also das in der Gemeinschaft zu haben, weil wir eben keine abgeschlossenen Einzelnen sind, die sich halt dann nur zufällig mal nur treffen. So fühlen wir uns oft in dieser Gesellschaft, weil es ein Ergebnis der Gesellschaft ist, dass wir Vereinzelne sind, aber wir gehören zusammen und dafür steht eben die Gemeinschaft im Anarchismus. Und die Idee ist, und das findet man bei ganz vielen Autoren, die ich da noch eben vorstellen werde, dass beides durchaus zusammengebracht werden kann. Es ist aber auch ein zentrales Spannungsfeld im Anarchismus, weil es da durchaus unterschiedliche Strömungen gibt. Also es gibt Leute, die sagen, wir sind Individualanarchistinnen, es gibt Leute, die sagen, wir sind zum Beispiel Kollektivistinnen oder so und auch noch viele Sachen dazwischen. und die streiten sich halt sehr oft. Also so ein Anliegen von mir war das auch, dass ich halt gemerkt habe, okay, das ist jetzt keine rein abstrakte Frage, sondern es gibt einfach verschiedene Gruppen, verschiedene Menschen, die sich da so positionieren und da gibt es immer wieder auch Konflikte und Streits. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Finde ich sehr gut eigentlich, wenn es Streit gibt, wenn er gut geführt ist und respektvoll. Aber wenn es immer wieder Streits gibt und das halt sozusagen seit, keine Ahnung, vielleicht 140 Jahren oder so im Anarchismus, dann scheint das ja wirklich so ein Knackpunkt zu sein. Dann scheint da wirklich ein Problem dahinter zu liegen, was sich nicht einfach lösen lässt. Und wenig überraschend ist das Problem aber gar nicht eins, was nur jetzt Anarchistinnen haben, sondern das ist auch, hängt auch mit der Gesellschaft zusammen, in der wir leben. Dass wir, also ich weiß nicht, wie es euch geht, können wir vielleicht im Anschluss nochmal erklären, aber dass viele Menschen, glaube ich, schon einen Widerspruch empfinden zwischen dem, was sie selber wollen. Das muss ja nicht nur egoistisch sein, so im bösen Sinne. Zu dem, was zum Beispiel die Gruppe will. Also ihr, die ja in Gruppen seid, schon wahrscheinlich in Freundeskreisen, kennt das ja zum Beispiel, wenn man auf einem Festival rumläuft und man ist zu acht und die einen wollen da hin und die anderen da. Da fängt es ja schon an. In einer politischen Gruppe sieht es auch so aus. Aber auch in einer Gemeinschaft, also in einer großen Gruppe von, von 50 Leuten oder 100 oder 200 Leuten, gibt es da offenbar so verschiedene Interessen von Einzelnen, verschiedene Ideen und Bedürfnisse von Einzelnen. Wie können die vermittelt werden, damit in Zusammenhalt geschaffen wird? Und dann gibt es noch so etwas Abstraktes wie die Gesellschaft, von der ich auch immer noch nicht so genau weiß, was die ist, aber so irgendwie dieses, wir sind schon mit allen verbunden. Und das mit allen verbunden sein, ist ja nicht nur cool. Also gerade weil wir mit allen verbunden sind, nervt das halt auch ganz schön, in Gesellschaft oft zu sein. Und auch da entsteht wieder die Frage, wie verhalten sich denn die Einzelnen zur Gesellschaft? Auch so Themen wie Normen, was man erfüllen soll und so weiter. Also all das steckt da drin. Und wie ich schon gesagt habe, ich werde jetzt diesen Vortrag einfach stur durchziehen. Es ist natürlich trotzdem so, dass wenn ich irgendwelche Fachwörter verwende oder irgendwelche komplizierten Wörter, dann meldet euch einfach oder sagt, was soll das? Und ich versuche dann dieses Wort zumindest erstmal zu klären. Es kann natürlich passieren, dass ich mal irgendein Wort nehme, was jetzt jemand nicht kennt. Dann fände ich das für mich ganz gut, dass ihr mich dafür kritisiert und einfach sagt, was ist das für ein Wort? Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, okay, nee, ich wusste nicht, dass du was übersetzt. Okay, versuche ich mich drauf einzustellen. So, ich glaube, das klappt jetzt so von hier. Ja, cool. Also so habe ich mir das vorgestellt. Das ist wohl ein klassischer Vortrag, ne, ich mache so eine Kliederung. Also Vielfalt und Heterogenität im Anarchismus. Also Heterogenität ist ja eigentlich auch bloß ein anderes Wort für Vielfalt. Hätte ich mir auch sparen können. Also Vielfalt im Anarchismus. So, da geht's schon los. Und dann zum Verständnis von Individualismus und Kollektivismus und wie stehen die in dem Verhältnis zueinander. Und dann, da drin habe ich auch in diesem Text hier gearbeitet, habe ich fünf verschiedene Wege gefunden oder Umgangsweisen wie Anarchistinnen mit diesem Spannungsfeld Individualismus, Kollektivismus, einzelne Gemeinschaft, wie die damit umgehen. Und das ist es im Wesentlichen. Dann könnte ich noch viel mehr erzählen, aber das könnte mich dann bei der Vokul fragen. Ja, genau. Und das wird wahrscheinlich auch so sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch längere Zitate dann vorlesen werde. Naja, das kündige ich schon mal an. Muss ich auch gucken, ob ich da was überspringe. So, also, da können wir doch mal zur Vielfalt. Genau, das ist alles ein bisschen verschoben, leider. Und ich würde das gar nicht so sehen, dass ihr das jetzt alles erfassen sollt. Auch das können sich Leute später nochmal anschauen. Worum es hier geht bei dieser Folie ist einfach, dass Anarchismus sehr plural ist. Dass es da sehr verschiedene Strömungen gibt, ja. Und zwar eben zum Beispiel Anarchokommunismus oder eben so Individualismus, Anarchosyndikalismus, dann später auch so neue sozialen Bewegungen oder Anarchafeminismus, Queerfeminismus, Ökoanarchismus oder so auch ständiger Anarchismus, könnte man sagen. Aber auch sowas wie religiösen Anarchismus und Pazifismus und auch andere. Also, das soll einfach darstellen, es gibt sehr viele verschiedene Strömungen im Anarchismus. Aber, und das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, es gibt schon so große Lager von Leuten, die sagen, wir sind Individualistinnen, wir sind eben Kommunistinnen zum Beispiel, gehen unterschiedlich an die Sachen ran. Genau, vielleicht komme ich später nochmal drauf zurück. Aber, wie kann man jetzt, also, wie kann man jetzt diese ganz verschiedenen Strömungen zusammendenken, ja, und ich glaube, das Gemeinsame von allen Anarchistinnen ist, dass sie versuchen, aus Herrschaft auszutreten oder sie auch anzugreifen, sie vielleicht zu übergehen, also, dass sie nicht einfach Herrschaft akzeptieren, die Herrschaftsverhältnisse zwischen uns, zwischen Menschen, sondern versuchen da rauszustreben, also, nach Autonomie zu streben. Und das tun sie auf sehr unterschiedliche Weisen. Zum Beispiel im Individualismus geht es um eine Abwehr erstmal, des Zugriffs von Staat oder von Kapitalismus, vom Patriarchat, zu sagen, wir selber machen uns stark, wir ermächtigen uns, wenn wir für uns selber sorgen können, wenn wir uns selber sozusagen unser Leben gestalten können, in die eigene Hand nehmen, dann sind wir gar nicht angewiesen auf die Herrschaft, zum Beispiel auf den Staat oder auf die Nationen, wo wir uns dann wohlfühlen. Nein, wir bestimmen uns eben selber. Wir machen uns stark und brauchen gar nicht diese Herrschaft. Das wäre so ein Aspekt. Wir wollen eben nicht irgendwie ins Militär gepresst werden oder in der Fabrik irgendwie zu Tode mal lochen oder in irgendwelchen festen, bürgerlichen Kleinfamilien irgendwie uns zurückziehen. Nee, das ist nicht, wie ich leben will, sozusagen. Es gibt ganz andere Wege und die beginnen bei uns, bei mir sozusagen. Ich mache das halt ein bisschen kurz. So eine andere Strategie ist so Kommunalismus und Bünde, habe ich das genannt. Ja, man könnte eben auch sagen Kollektivismus vielleicht. Und da gingen Leute so ran, die haben gesagt, ja, die moderne Gesellschaft, der Staat, der Kapitalismus zerstören eigentlich ganz viele Beziehungen zwischen Menschen. Die vertreiben Leute von ihren Ländern, dass sie in die Städte müssen und in den Fabriken arbeiten zum Beispiel. Und es gibt da aber ganz viele Gemeinschaften, es gibt ganz viele Gruppen, die schon da sind. Zum Beispiel irgendwie auch Gemeinschaften, die vielleicht nicht nur cool sind, wie auf dem Dorf oder sowas in der Art oder irgendwelche Vereine. Aber unabhängig, wie die genau funktionieren, sind das erstmal Gruppen, wo Leute zusammenkommen. Und wenn die sich da selber organisieren, dann ist das auch eine Weise, aus der Herrschaft rauszustreben, sozusagen. Sich zusammenzuschließen, dort anzusetzen, wo die Menschen eh schon in Beziehung sind. Also hier, was weiß ich, im Stadtviertel oder so, kennen sich Leute schon seit Jahren und Jahrzehnten zum Teil. naja klar, da ist schon eine Gemeinschaft da und da kann man ansetzen, sich zu organisieren gegen Herrschaft. Im Anarchosyndikalismus war das noch ein bisschen anders. Da haben die gesagt, dass die Gewerkschaften einerseits Kampforganisationen sein sollen, also Arbeitskämpfe führen, vor allem, und andererseits aber die Keimzellen der kommenden Gesellschaft. Also die Organisation, die wir aufbauen, soll gleichzeitig auch zeigen, wo es hingeht. Weil die davon ausgegangen sind oder auch davon ausgehen, dass wenn die Gesellschaft tatsächlich oder die Herrschaft tatsächlich immer weiter angegriffen wird, der Staat zusammenbricht, das ist natürlich so ein bisschen sehr weit weg, dann funktioniert das halt nicht nur zu sagen, okay, wir zerschlagen jetzt alle Herrschaft, sondern wir müssten ja in der Lage sein, die Funktionen der Gesellschaft tatsächlich zu übernehmen. Wie organisiert man denn eine Fabrik ohne Chefin? Wie organisiert man ein Krankenhaus horizontal, also ohne, dass es da ja, was weiß ich, diese Hierarchien gibt? Wie organisieren, wie können wir eine Schule organisieren zum Beispiel? Wie kann man sich im Stadtviertel in der Kommune organisieren? Also wir müssen schon jetzt lernen, wie wir uns anders organisieren können, wie wir die gesamte Gesellschaft anders organisieren können. Und wenn wir das lernen, dann ist es sozusagen auch eine Parallelorganisation zur Gesellschaft. Ein viertes Ding ist so die Kommunen und Alternativbewegungen. Da geht es vor allem darum, dass zum Beispiel Gustav Landauer oder Leute gesagt haben, dass ja, es ist eben nicht so, dass wir alle überzeugen können von unseren Positionen. Und das ist vielleicht auch gar nicht sozusagen sinnvoll, irgendwie so lange zu warten, bis alle überzeugt sind. Gleichzeitig wollen wir jetzt keine blutige Revolution haben und anderen was aufzwingen. Also fangen wir mit den Leuten an, die Lust haben und bereit sind, was zu verändern. Also die was Neues beginnen wollen, die austreten wollen. und mit denen schließen wir uns zusammen in Kommunen, wenn man nicht zusammen lebt, dann vielleicht in Alternativbewegungen, in der Subkultur und wir verwirklichen einfach unsere ethischen Werte, das, wofür wir leben wollen. Und wenn wir damit anfangen, werden wir auch andere überzeugen und auch selber uns verändern. Und als einen fünften Weg, vielleicht so der Anarcho-Kommunismus, der knüpft auch hier beim Syndikalismus an oder beim Kollektivismus, aber da kommt noch ein neuer Gedanke dazu, nämlich, dass gesagt wird, wir können uns eben auch anhand unserer Interessen vernetzen. Also nicht nur meinetwegen in den Kommunen, im Stadtviertel oder auf dem Dorf, nicht nur an unserem Arbeitsplatz vor allem, wie halt ganz stark im Syndikalismus, sondern wenn wir ein gemeinsames Interesse haben. Wenn wir das Interesse haben, dass wir Menschen zum Beispiel die Flucht über das Mittelmeer organisieren wollen und sie dabei supporten wollen, dann können wir uns international vernetzen mit den Menschen und mit den Menschen, die in Italien sind zum Beispiel oder auf so einem Schiff sind und wir können hier was machen, den Geld zu geben, das bekannt machen und da entsteht auch eine neue Gemeinschaft sozusagen anhand dieses Interesses und die überwendet Grenzen. Das sind so fünf verschiedene Wege sozusagen aus Gesellschaft aus Herrschaftsverhältnissen auszutreten oder wegzustreben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir uns da hinstellen und sagen, okay, ich mache jetzt einen Bruch, ich bin fertig mit dem System, tschüss, sondern das ist ein Prozess und der kann sehr unterschiedlich sein. Da gibt es im Anarchismus unterschiedliche Strategien. Aber das Gemeinsame ist, glaube ich, dieser Versuch. Okay, das überspringe ich kurz. Und ja, jetzt hat sich ja eben hier schon angedeutet, okay, hier ist so der Individualismus und ich glaube auch bei diesen Kommunen- und Alternativbewegungen, der ist ein Stück näher an dem Individualismus und der Syndikalismus, der Anarchokommunismus und so der Kollektivismus, das sind eher diese kollektivistischen Tendenzen, sage ich mal. Und ich glaube oder nehme das so wahr, dass es im Anarchismus so verschiedene solche Spaltungslinien gibt. Und zwar hier dieser Individualismus, Kollektivismus ist eine ganz große Debatte über viele Jahrzehnte, also wie gesagt mindestens 140 Jahre. Und dann gibt es aber auch noch andere solche Debatten, an denen sich Anarchisten unterscheiden. Klassisch so die Gretchenfrage nach der Gewalt, ja, wie gehen wir um mit der Gewalt in der Gesellschaft, wie überwinden wir die? Da gibt es unterschiedliche Positionen dazu. die Frage sozusagen der Ablehnung von Spiritualität oder so einem Atheismus so auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Anarchisten die Spiritualität bejahen, die halt sagen, ja, ich möchte einen Bezug zur Welt haben, zu meinen Mitmenschen, ich möchte das auch irgendwie spirituell fühlen oder so, es muss nicht gleich religiös sein. Und das ist aber auch eine Frage, die spielt bis heute eine Rolle, weil zum Beispiel so indigene Communities in den USA, die sich gegen jetzt den Bau irgendeiner Erdöl-Pipeline oder so wenden oder so, die ziehen ihre Kraft schon auch aus solchen spirituellen Sachen und wenn wir da jetzt zum Beispiel als westliche Leute hingehen und denen sagen, ja, was soll denn das und so weiter, wäre doch mate ist durch, dann wäre das halt extrem anmaßend so. Okay, so, eine Frage der Technik, glaube ich, da gehen Leute auch noch unterschiedlich damit um und nochmal die Frage, wie sehe ich eigentlich den Staat eher als eine Institution oder eher als ein Verhältnis zwischen Menschen, auch da gibt es verschiedene Positionen, aber jetzt geht es um Übst das und die Frage, wie stehen Einzelne und Gemeinschaften zusammen? Gut, ich mache doch mal eine kurze Pause, weil ich auch einfach direkt weitermachen könnte, aber ich gucke mich mal um, ob irgendjemand zuckt und ich hoffe, ich schreie nicht so sehr. Ihr hört mich alle gut, ich muss gar nicht so schreien. Okay. Gut, und jetzt kommt so ein bisschen, also ich werde leider, das mache ich das nächste Mal vielleicht anders, aber ich werde leider viele Zitate vorlesen. Genau, also es gibt Leute, die sagen, Anarchismus ist eigentlich so eine Art, also Ideen geschichtlich, wie ja von Ideen her entstanden hat, so eine Art Mischform oder so eine Art dazwischen, zwischen Liberalismus und Sozialismus und das sagen ganz verschiedene Autorinnen in so Einführungswerken. Zum Beispiel die Cindy Milstein, die schreibt, der Liberalismus will ein emanzipiertes Leben für alle Individuen, der Kommunismus kollektive Strukturen gegenseitiger Hilfe. Beides ist wichtig. Freiheit kann nie bloß auf die eine oder andere Weise erreicht werden, nie bloß über die Individuen oder bloß über die Gesellschaft. Ja, also sie will beides zusammendenken, sagt beides ist gleich wichtig, die Freiheit der Einzelnen, die Freiheit, die in Gemeinschaft ist, wir sollten das gar nicht gegeneinander ausspielen. Im Anarchismus geht es darum, das zusammenzubringen und deswegen fragt sie dann auch, wie können Menschen ihr Leben organisieren, um sich individuell so stark wie möglich zu entfalten und gleichzeitig ihr größtmögliches kollektives Potenzial zu verwirklichen. Das wäre so ein Knackpunkt im Anarchismus und dann schreibt sie auch weiter, sie sagt, das ist so ein ewiger Balanceakt. Also das ist nicht so, dass wir einfach sagen, okay, Anarchismus macht das, fertig, sondern es gibt immer wieder diese Spannungen zwischen dem, was will ich selber, was will die Leute in meiner Gruppe oder auch in einer großen Gruppe in der Gemeinschaft halt, da gibt es schon Spannungen und die lassen sich nicht einfach auflösen, das ist so ein ewiger Balanceakt sozusagen von Freiheit. Daniel Leug schreibt in einem Einführungsbuch zum Anarchismus dass tatsächlich im Anarchismus zwei Freiheitsverständnisse verwendet werden. Und so die Zusammenfassung von diesem Abschnitt, in dem es darum geht, da schreibt er, dass es da deutlich wird, dass negative und positive Freiheit nicht einfach zwei Elemente oder Dimensionen von Freiheit sind, die sich gegenseitig ergänzen, sondern es handelt sich vielmehr um zwei Freiheitsbegriffe, das heißt um miteinander konkurrierende Verständnisse dessen, was Freiheit ist, die unterschiedliche und zum Teil entgegengesetzte politische Implikationen haben. Mit negativer Freiheit ist hier sozusagen das Freiheitsverständnis im Liberalismus gemeint und mit positiver Freiheit das Freiheitsverständnis im Sozialismus und damit wird dann eben auch verbunden, dass liberal ist dann sozusagen der Individualismus positiv, so der Kollektivismus in dieser Vorstellung genau und da es ja offenbar diese zwei Richtungen gibt oder diese zwei Großrichtungen scheint es erstmal ganz plausibel zu sein und er sagt halt aber der Anarchismus hätte eben das Potenzial für die Entwicklung eines dritten Freiheitsbegriffs den man als ästhetische Freiheit bezeichnen könnte dies ist die Freiheit einer Sozialität die ihrer eigenen Überschreitung einen inhärenten Wert zuschreibt ja bisschen komplizierter halt formuliert also das bedeutet Menschen können schon in Gruppen sein aber sie sollen eben nicht einfach sich komplett unterordnen in diese Gruppen sie sollen immer wieder auch die Gruppe infrage stellen oder sie sollen immer wieder auch es wären Bedingungen herzustellen unter denen wir auch immer wieder infrage stellen können was läuft da in der Gruppe entspricht mir das wirklich kann ich das verhandeln genau darum geht's das ist ganz im Grunde genommen auch empfehlen was sehr gute und neue Einführung ist der Witz hierbei ist allerdings dass der Daniel Leugter eigentlich mit diesem Gedanken dieser dritten Freiheit im Anarchismus eigentlich nur dabei rauskommt was auch Michael Bakunin schon mal in den Text geschrieben hat und zwar mehr als 100 Jahre vorher der hat sich genau auch diese Frage gestellt wie geht denn das zusammen wie geht denn die Freiheit in Gemeinschaft mit der Freiheit der Einzelnen zusammen und hat das so philosophisch betrachtet in dem Text Kampf gegen die Gesellschaft der Titel war gar nicht von ihm aber hat es so philosophisch betrachtet und ist tatsächlich drauf gekommen naja hier ist tatsächlich ein Problem ich kann nicht einfach sagen nur individuelle Freiheit nur gesellschaftliche Freiheit aber beides so nur ausbalancieren geht auch nicht irgendwie muss es da was drittes geben und deswegen finde ich es ganz mal sind die alten Texte dann doch gar nicht so verkehrt so jetzt wird es englisch ich sage das einfach mal auf Deutsch aber ich würde das auf Deutsch kurz zusammenfassen dann gibt es noch einen anderen Typ der heißt Alan Ritter der hat eben Buch geschrieben wieder mal und er sagt halt Freiheit 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 immer wollen die Anarchisten immer Freiheit so und sie drehen sich im Kreis wer jetzt wie Freiheit verwirklicht oder wo die Freiheit von Gemeinschaften oder Einzelnen eingeschränkt wird aber steht dahinter nicht eigentlich was ganz anderes und der schlägt zumindest vor zu sagen eigentlich ist beim Anarchismus bei diesen verschiedenen Strömungen die Idee dahinter dass es eine gemeinschaftliche Individualität gibt Communial Individuality nennt er das also die ist jetzt wenig überraschend die Idee dass beides wirklich ineinander greift dass dieser Widerspruch der uns von der Gesellschaft in der wir leben aufgedrückt wird dass wir den abbauen können vielleicht wer weiß vielleicht nie vollständig überwinden aber dass wir den abbauen können dass wir Gemeinschaften gründen 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 und entwickeln können und infrage stellen können in denen die einzelnen nicht sich aufgeben und dass wir einzelne sein können die aber nicht sozusagen mit Scheuklappen durch die Welt laufen sondern die sich tatsächlich aufeinander beziehen sich in die anderen hinein zu versetzen und selber kollektiv werden das wäre laut Alan Witter die eigentliche Idee im Anarchismus also man könnte sagen dass die Idee oder das Ideal in dem Fall halt nicht so viel von Idealen oder ich nenne das alles aber ja also sind selbstständige Personen die aber eben sehr stark miteinander verbunden sind und zusammenhängen durch diese gemeinschaftliche Individualität dann springe ich jetzt im Grunde genommen nochmal 60 70 Jahre zurück um euch aber auch nochmal deutlich zu machen dass sich dieses Problem irgendwie durchzieht durch den Anarchismus Max Nettlauer hat geschrieben in so einem Standard Buch Obgleich die Individualanarchistinnen die von der Freiheit allein ausgehen zu können glauben auch ihnen die Solidarität von der sich ihr Freiheitsbedürfnis zunächst sträubt nicht fremd und feindlich ist diese beiden Richtungen eminent soziale und eminent freiheitliche Anarchistinnen mit sozialen meint er eben die kollektivitiven die freiheitlichen dann meint er die Individualisten schließen einander keineswegs aus sondern ergänzen sich und bilden von der Zukunft ausgesehen Vorahnende die auf verschiedenen Wegen aber zielsicher sich der künftigen Freiheit nähern und er schreibt das weil es tatsächlich in dieser Zeit einfach ganz viele solche Streits gab auf anarchistischen Treffen und Konferenzen da ging es immer wieder los dass man dann gesagt hat da kommen die Individualistinnen oder andersrum diese Kollektivistinnen die sind ja krass die sind ja wie Staatskommunistinnen die wollen unsere Freiheit einschränken und dann sind die aufeinander geclasht und haben sich halt ordentlich gefetzt sozusagen Max Nettlau macht hier halt den Versuch und sagt Leute pass auf wir denken unterschiedlich es gibt uns als unterschiedliche Strömung ja wir müssen ja nicht alle einer Meinung sein aber lasst uns halt gucken wie wir auf die Zukunft sehen lasst uns doch wobei er selber eigentlich gar nicht unbedingt dieser Meinung war also er ist auch tatsächlich mehr auf dieser Kollektivistinnen Seite sondern das war von ihm eher so ein Angebot ja also die Frage ist sozusagen ergännten sich denn diese Individualanarchistinnen diese kollektivistischen Anarchistinnen einfach ist das so noch ein englisches Zitat was ich nicht vorlese sondern kurz zusammenfasse der Sien Sheehan hat auch in so einem Einführungs Heftchen oder Booklet geschrieben sozusagen eigentlich lehnen Anarchistinnen jede Herrschaft ab vor allem eben die Staats Macht sozusagen Staat als Herrschaftsverhältnis und man kann sich das wie so einen Bogen vorstellen ja es gibt eben welche die sind auf dieser sehr kommunistischen Seite und dann gibt es welche die sind auf dieser sehr individualistischen Seite oder auch Liberalen aber das hat Grenzen sozusagen es gibt da Grenzen in beide Richtungen aber Anarchismus ist sozusagen sehr breit da können Leute sehr unterschiedliches Verständnis von Individualismus oder Kollektivismus haben ich nenne das anarchistische Hufeisentheorie das seht ihr hier so ein bisschen abgebildet also der Anarchismus ist ganz breit sozusagen ist ein breiter Flügel oder breiter Regenschirm aber er hat halt eine Grenze zum wenn der Egoismus sozusagen der Individualismus wenn er halt so ein rechter Individualismus wird so dieses ja was man aus den US-amerikanischen vor allem kennt so Tea-Party Libertarianism so wo die Leute mit ihren Knarren so irgendwie ihren Gutshof verteidigen oder sowas in der Art wo niemand reinkommen darf oder so oder sicherlich auch diese wie heißen die Heinrichs die so diese Vorräte immer anlegen wenn dann ja der Prepper oder so das ist auch so dieser rechte Individualismus oder bei uns die Zeitung eigentümlich frei so eine rechts liberale Zeitung die würde da auch reinpassen auf der anderen Seite eben so autoritärer Kommunismus der denkt man kann Kommunismus eben über und mit dem Staat verwirklichen hallo na grüßt euch hallo so rein oder raus sehr gut also hier wäre dann auch die Grenze ja weil anarchistinnen ganz klar sagen nee wir können Kapitalismus nicht mit dem Staat überwinden sondern nur mit dem Staat also nur gegen den Staat nicht indem wir den Staat nutzen sondern indem wir den Staat als Herrschaftsverhältnis und das Patriarchat und die Nation und die Herrschaft über die Mitwelt indem wir die gleichzeitig abbauen ich hatte das ja schon angedeutet ich halte irgendwie gar nicht so viel davon weil ähm hallo weil ja also ich weiß nicht warum warum ist es so dass eine Person warum soll es so sein dass eine Person die sehr stark den Individualismus betont dann unbedingt sozusagen in diesen rechten Libertarianismen abgetrifftet warum sollte eine Person die eben sehr stark sagt Leute ich möchte hier eine bessere kollektivere Organisation oder auch auf der ethischen Ebene ich möchte dass wir uns wirklich aufeinander beziehen warum warum sollte das so sein dass sie dass sie deswegen irgendwie was autoritäres einfordern oder sowas in der Art also das macht für mich glaube ich nicht unbedingt so viel Sinn tatsächlich so dahinter steckt manchmal auch ein bisschen die Frage geht es jetzt erst darum die Gesellschaft zu verändern oder erst darum uns selbst zu verändern das ist glaube ich eine Frage die so weiß ich nicht links alternativen oder vielleicht auch anarchistischen Kreisen glaube ich immer wieder mal aufkommt oder die Leute stellen aber ich denke das ist eine Pseudo Frage sozusagen also man kann das im Kopf mal vielleicht ganz witzig oder so sich das mal dazu durchdenken wo fangen wir an was zu verändern das ist natürlich eine wichtige Frage aber letztendlich ist es wirklich kein Menschen von euch sagen ja wir haben Lust was anders zu machen wir gehen in eine Gruppe wir organisieren uns weil wir tatsächlich für eine andere Gesellschaft eintreten und wir machen das mit einem anarchistischen Anspruch dann hat das immer was mit uns zu tun bedeutet das dass wir uns immer in diesem Prozess verändern und nicht erst selbst verändern bevor wir die Gesellschaft verändern und nicht erst die Gesellschaft verändern bevor wir uns selbst verändern es wird zusammengedacht sozusagen also deswegen nenne ich das so Henne-Ei-Paradoxon kann man halt vielleicht ganz nett mal abends in der Kneipe drüber reden oder sowas in der Art aber ich finde das ist eigentlich ja gar nicht so spannend so ok ok jetzt kommen wir langsam Richtung diesen kann mir mal jemand sagen ich spät ist oder wie lange ich schon rede ah ja danke das habe ich ein bisschen schwirbelig formuliert es kommt jetzt gleich zu meiner Studie und da habe ich eben verschiedene Texte angeguckt und es ist aber wichtig wenn jetzt Leute sich positionieren und sagen ja ich bin was weiß ich ich bin zum Beispiel bei der FAU ich verstehe mich als Anarcho-Syndikalist und deswegen habe ich solche Positionen und so weiter oder jemand anders sagt ja ich bin in einer autonomen Gruppe und für mich bedeutet das das und das Leute da nicht drauf zu reduzieren denn nur weil zum Beispiel jemand in einer bestimmten Organisationsform angehört autonome Gruppe nehme ich damit rein heißt das nicht dass die Menschen nur so denken ja umgekehrt ist es nicht nur weil eine Person kollektivistisch ist muss sie in eine offene Organisation gehen die den Anspruch hat eine Massenorganisation zu sein oder sowas in der Art also es geht immer darum was denken denn die einzelnen Leute sozusagen in den Gruppen oder Zusammenhängen das ist halt wichtig und so ist es aber auch schon in der Geschichte also zum Beispiel Emma Goldman die hat sich ganz stark mit Nietzsche beschäftigt der halt ja auch eher sozusagen so das Individuum sehr stark macht und Ereco Malatesta auch ein recht berühmter Anarchokommunist der bezeichnet sich trotzdem als individualistischen Anarchist in kommunistischer Schule obwohl der ganz klar sich anarchokommunistisch positioniert hat auf der individualistischen Seite ist das aber auch so da gibt es Liv Scherny zum Beispiel auch einen individualanarchist der dann aber gesagt hat okay ich trete jetzt dieser Moskauer anarchistischen Föderation bei die eben kommunistisch war anarchokommunistisch oder auch noch Georges Finquet der hat das in Frankreich ähnlich gemacht also das was die Menschen sagen oder das was sie zum Beispiel dann auch schreiben weil ich beziehe mich hier auf Texte da kann ich die nicht drauf reduzieren so das heißt nicht dass sie sich deswegen unbedingt zu organisieren oder dass sie nur das denken was für mich als ich die Texte die gleich kommen angeguckt habe eine sehr einfache aber wichtige Erkenntnis war war die dass ich festgestellt habe ja es gibt einfach gar nicht den Individualismus und den Kollektivismus auch im Anarchismus nicht also eigentlich ist es ja ziemlich blöd also ziemlich logisch glaube ich manchmal kann man die Sachen auch komplizierter machen als sie sind natürlich geht es auch darum zu gucken wofür stehen die Leute im Einzelnen und ich habe tatsächlich bei beiden Seiten auf dieser individual anarchistischen Seite auf dieser kollektivistisch anarchistischen Seite jeweils vier Strömungen darunter ausgemacht vielleicht gibt es auch fünf oder drei oder sieben ich weiß es nicht so genau aber die die ich gefunden habe die konnte ich hier schon so habe ich schon gemerkt okay das sind so verschiedene Strömungen nicht in dem Sinne dass die jetzt alle irgendwie Clubs haben oder Gruppen aber so von dem wie die rangehen wie die wie die denken genau das sind die ich lese die einfach kurz vor ich glaube später komme ich nochmal es gibt so einen transzendentalen und mystischen Anarchismus Transzendental das bedeutet so alles so in einem großen Meta-Zusammenhang zu sehen oder mystische auch so eine Verbundenheit mit der Welt also mystischer Anarchismus hat zum Beispiel Simone Weil gemacht oder hier steht Henry David Thoreau dafür naja die kommen später noch das muss ich euch nicht damit langweilen anarchistischer Ultraliberalismus das ist ganz spannend tatsächlich gibt es Leute wie zum Beispiel Benjamin Tucker die sozusagen den Liberalismus einfach nochmal übertrieben haben auf die Spitze geschrieben haben getrieben haben ein anarchistischer Egoismus dafür steht vor allem Max Stirner und ganz viele Leute die sich auf den beziehen oder jetzt zum Beispiel Emma Goldman oder Ereko Malatesta die Kommunistinnen waren oder Anarchiakommunistin und aber immer wieder auch ganz stark den Individualismus da reingetragen haben und gesagt haben das ist wichtig wir dürfen nicht vergessen dass es im Anarchismus darum geht dass alle Menschen die Möglichkeiten erhalten sollen ihre Leben selber zu gestalten die materiellen Möglichkeiten die sozialen Möglichkeiten die Stärke die eigenen Fähigkeiten ihre Leben selber zu gestalten und zwar alle Menschen und das ist das Ziel sozusagen des Anarchismus insgesamt und auch hier auf der kollektivistischen Seite den Kollektivismus den Anarchokommunismus den Anarchasindikalismus und vielleicht noch diesen Plattformismus so als so ein bisschen Unterform vom Kommunismus das sind da Sachen gut also ich hatte schon gesagt das sind Kategorien weil ich schreibe ja einen Text und wollte das tatsächlich auch untersuchen aber es ist ein Schema das ist natürlich nicht die Welt wie sie an sich ist es geht nicht darum Leute einzusortieren sondern einfach zu untersuchen zu schauen was machen die und ernst zu nehmen wie sehen die selber die Sachen halt sozusagen also nicht dass ich jetzt hier rumlaufe und ich laufe im Stempel rum und sage hier Kollektivist Individualistin und so weiter irgendwie darum geht es halt nicht ich sollte es sowieso nicht machen auf der anderen Seite haben Menschen ja aber auch bestimmte Positionen und treten dafür ein ok und dazu würde ich jetzt kommen jetzt wird es auch noch so ein bisschen technischer oder so ich habe gedacht wenn das wirklich so ein grundlegendes Spannungsfeld ist einzelne Gemeinschaft Individuum Kollektiv wenn sich das so durchzieht durch 140 Jahre Anarchismus und es auch diese verschiedenen Strömungen ja wirklich gibt diese verschiedenen Leute dann lohnt sich das eben zu untersuchen und dann gucke ich mir halt ganz verschiedene Texte an ja klar ich hätte natürlich auch Leute irgendwie fragen können oder könnte es auch machen aber vielleicht bin ich ein bisschen Menschensteuer und fühle mich am Schreibtisch wohl auch ich weiß nicht so genau also ich habe dann diese Texte genommen für den Fall vielleicht beim nächsten würde ich Leute fragen oder so und diese Quellentexte habe ich dann einsortiert ja zumindest also nicht ganz alle aber ich habe mir welche gesucht von Leuten die als Individualistinnen gelten und welche die als Kollektivistinnen gelten und ich wollte aber zeigen das habe ich ja gesagt dass das sich durchzieht das war damals der Fall und das spielt heute genauso eine Rolle und deswegen habe ich so verschiedene historische Phasen mir angeschaut wie gehen die jeweils damit um mit dieser Spannung also was machen die damit mit diesem Grundproblem was ja nicht im Anarchismus liegt sondern aus der Gesellschaft hervorgeht in der wir leben und meine These war dazu dass egal wie die sich einzeln dann positionieren also was sie selber vertreten was sie stark machen oder auch was sie kritisieren was sie halt sagen so geht es gar nicht sie beziehen sich trotzdem immer auf dieses Spannungsverhältnis von Individualismus und Kollektivismus sie müssen sich da dran abarbeiten und das wird gleich klarer was ich damit meine so und diese fünf Weisen damit umzugehen habe ich gefunden und das wird auch gleich klarer also ich habe festgestellt wenn wir sagen es gibt so eine Art grundlegenden Konflikt zwischen den Einzelnen der Gemeinschaft wie kann man damit umgehen oder wie gehen Leute damit um und ich habe halt gefunden okay man kann es entweder ignorieren man kann sagen ja was weiß ich die Einzelnen die sollen sich mal nicht so haben die müssen mal ihre Ansprüche zurückstellen oder ihre individuelle Selbstverwirklichung wir müssen jetzt erstmal alle uns kollektiv organisieren und dann werden wir auch dann können auch die Einzelnen sich verwirklichen das wäre zum Beispiel so eine Variante das Problem zu ignorieren man könnte es auch in eine Richtung auflösen zu sagen ja ich sehe die andere Position ich sehe dass ihr Individualistin ihr habt schon Argumente aber seht mal wir haben die die besseren zum Beispiel oder man vermittelt das wechselseitig indem man zeigt okay was sind die Argumente oder die Ideen was sind die Ideen wie findet man das zusammen aber noch was anderes wäre das das wirklich zusammenzubringen zu sagen es ist was drittes so wie bei dem Freiheitsverständnis vorhin von Daniel Leuch beziehungsweise von Bakunin zu sagen es ist eben nicht nur die Freiheit der Einzelnen es ist eine Freiheit der Gemeinschaft es ist was dazwischen es ist eine dritte Freiheit oder das Ganze ist eh eine Paradoxie das lässt sich eh nicht auflösen sozusagen auch dafür bringe ich dann Beispiele ja dann habe ich eben diese verschiedenen historischen Phasen gemacht man könnte es wahrscheinlich auch anders machen also hier so Anfänge zweite und dritte Generation dann so neuer Anarchismus habe ich das genannt von 1945 dann an ab 1980 vielleicht noch so eine Phase wo sich viel verändert hat mit dem sogenannten Neoliberalismus und ich würde aber sagen so seit 2008 sind wir auch einfach in einer anderen Phase angekommen sozusagen also wo sich wo die Gesellschaft halt einfach wesentlich faschistischer wird global und auch der Kapitalismus ins Krisen gerät die liberale Gesellschaft auch zusammenbrechen wird und so weiter und das sind halt lange Prozesse das passiert natürlich von heute auf morgen aber ich denke deswegen sind wir heute tatsächlich auch einfach in einer anderen Phase so und wenn ich jetzt gucken würde aus jeder dieser geschichtlichen Phase gibt es vielleicht eine Möglichkeit wie die damit umgehen da hätte ich ja dann ganz viele Möglichkeiten ne also es könnte hier in dieser frühen Phase könnte es Leute geben die ignorieren das oder es gibt welche die machen eine Synthese es könnte in so einer späteren Phase welche geben die machen so eine einseitige Auflösung und das halt von beiden Seiten ne sowohl von der individualistischen Seite als auch von der kollektivistischen ganz so viele habe ich dann halt nicht gefunden aber es gibt schon in ganz vielen dieser Kästchen ich weiß gerade nicht ob das so Sinn macht das Schema aber ganz verschiedene Texte so okay dann komme ich jetzt dazu wenn es vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn ergibt was ich vorher gesagt habe hoffe ich also ich habe gesagt die erste Möglichkeit mit diesem Spannungsfeld umzugehen ist die Ignorierung einfach zu sagen nö ist gar nicht so das Problem und diese vier Leute oder Texte von denen habe ich angeguckt das ist der John Henry Thoreau Luigi Galliani heißt der ähm ist der John Mackay Henry Mackay glaube ich Henry ne Henry Mackay und Simone Weil die würde ich hier zuordnen gar nicht gut und dazu ein Beispiel der Henry David Thoreau der schreibt ähm in seinem Buch über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat glaube ich nur ein also er schreibt natürlich wie in jedem Buch verschiedene Sachen aber an einer Stelle schreibt er nur eine einzelne Verpflichtung bin ich berechtigt einzugehen und das ist jederzeit zu tun was mir recht erscheint man sagt dass vereinte Masse kein Gewissen hat und das ist wahr genug gewissenhafte Menschen aber verbinden sich zu einer Vereinigung mit Gewissen also eigentlich der Punkrock ich meine es trifft es zwar nicht so ganz aber er sagt mir sozusagen warum warum soll ich denn jetzt hier irgendwelche Verpflichtungen nachkommen und so weiter warum soll ich denn dies und das machen ich weiß doch was gut ist ich weiß doch was ich will und was für mich Sinn ergibt ich muss hier nicht irgendwelche strahlenden Strukturen irgendwie erfüllen ich weiß das doch in mir sozusagen im Gegenteil wenn ich jetzt sowas habe wie irgendeine Massengesellschaft oder vielleicht sogar auch die Demokratie ja da kommen zwar ganz viele Leute mit verschiedenen Interessen zusammen und tun dann irgendwie verhandeln und so weiter aber das hat ja gar nichts mit denen zu tun also das was sie selber von sich aus wollen geht darin total unter deswegen schreibt er das hier die vereinte Masse hat kein Gewissen also schließe ich mich mit den Leuten zusammen mit denen ich mich halt verstehe sozusagen die ein Gewissen haben die wissen was gut ist und in seinem Fall war das zum Beispiel gegen die gegen die Sklaverei zu kämpfen deswegen ist er da auch eine wichtige Person gewesen das Problem an der Stelle ist halt ist halt so ein bisschen dass woher nimmt er diese Gewissheit woher weiß er denn was gut ist was richtig ist also ich finde das wie auch alle anderen Texte sehr spannende Texte die mir auch viel geben aber das ist eine Frage die sich mir hier stellt er sagt eben in der großen Gemeinschaft in der Gesellschaft da gibt es halt dieses Gewissen nicht so deswegen ist er ja individualistisch aber er ignoriert woher denn sein Gewissen kommt also seine moralische Einstellung oder seine ethische Überzeugung was jetzt gut ist dass er zum Beispiel gegen die Sklaverei kämpft also was ich natürlich total unterstütze aber es gibt ja heute auch Leute die sagen nö sehe ich nicht so es gibt heute die Leute die sagen es gibt heute Leute die sagen ja lass uns die doch wieder versklaben weiß ich nicht dann kann ich sagen ja nee du liegst falsch und so weiter es ist nicht meine Position du hast Unrecht aber wie begründe ich das und das ist halt tatsächlich sehr schwierig weil es ist erstmal nur eine Meinung oder ein Gefühl sondern wir müssen verstehen dass das was wir meinen was wir ethisch wollen was wir richtig finden immer aus der Gemeinschaft auch entsteht sozusagen das ist nicht nur was wir eben denken sondern das kommt woher und das ist halt wichtig sich damit auseinander zu setzen deswegen sage ich dass dieses Spannungsfeld hier von Thoreau eben ignoriert wird auf der Seite von den Kollektivisten gibt es aber auch einige die das ignorieren hier zum Beispiel so ein Text von Erich Mühsam einen von Emma Goldman habe ich genommen und dann den sogenannten plattformistischen Text genau und Emma Goldman schreibt es zum Beispiel ganz gut so von dieser anarchia-kommunistischen Seite die schreibt Individuen und Gesellschaft haben seit Ewigkeiten einen unbarmherzigen blutigen Kampf um die Vormachtstellung geführt da jede Seite blind für den Wert und die Bedeutung der jeweils anderen war ah ja okay da haben wir es ja also das scheint so ein Grundkonflikt in der Gesellschaft zu sein Individuen hier Gesellschaft da und so und da scheint es irgendwie eine Spannung zu geben die Kämpfen und dann eine Seite später schreibt sie doch zwischen Mensch und gesellschaftlichen Impulsen gibt es keinerlei Konflikt wie es auch keinerlei Konflikt zwischen Herz und Lunge gibt genau also ich hoffe ihr versteht mich nicht falsch ich finde auch das ist ein klasse Text von Emma Goldman aber ich finde hier ist ein Widerspruch einerseits schreibt sie die Seite vorher da ist eine riesen Spannung so Individuen Gesellschaft unbarmherziger Konflikt und dann sagt sie ja aber eigentlich besteht ja gar kein Konflikt eigentlich gehört das ja zusammen ja okay den Gedankenteil ich würde auch sagen klar eigentlich gehört es zusammen aber wie entwickeln wir das sozusagen und die Lösung ist nicht zu sagen der Anarchismus macht das dann einfach sondern das müsste man schon begründen wie wir diesen Konflikt beheben also würde ich sagen damit wird eben dieses Spannungsfeld ignoriert ich ziehe noch ein bisschen durch aber dann mache ich bald vielleicht auch eine Pause es wird aber auch einseitig aufgelöst in eine Richtung auch wieder von diesen Kollektivisten zum Beispiel Carlo Caviero hier oder auch Murel Fuxin die haben sich mit diesem Thema auch beschäftigt und ich glaube allein die Anzahl der Texte die ich hier bringe zeigt eben auch schon dass es tatsächlich im Anarchismus ein sehr großes Thema ist dass ich überhaupt so viel da doch gefunden habe und im Kollektivismus also anarchistischen Kommunismus in dem Fall da schreibt ja Carlo Caviero der anarchistische Kommunismus tritt ein für die umfassende und vollständige Freiheit der Einzelnen die frei und nur angetrieben von ihren Bedürfnissen von ihren Geschmack von ihren Sympathien sich mit anderen Individuen in einer Gruppe zusammenschließen oder in einer Assoziation und dann gibt es eine freie Entwicklung dieser Assoziation die sich föderiert in einer Kommune oder in einem Distrikt eine freie Entwicklung von diesen Kommunen und die schließen sich wieder in einer Region zusammen und so weiter die Regionen schließen sich in einer Nation zusammen und die Nation dann in der ganzen Menschheit also die andere Gesellschaft die libertäre Gesellschaft oder sowas in der Art der libertäre Sozialismus der wird von unten nach oben aufgebaut ja wir schließen uns erstmal an der Basis zusammen und dann können Leute wohin geschickt werden und so sind dann alle zusammengeschlossen was hier richtig spannend ist ist dass hier eigentlich zwei Sachen drin stecken nämlich dass der Carlo Carferio hier schreibt es geht im Anarchismus wirklich darum dass es geht um die Einzelnen es geht darum dass wir eine Gesellschaft schaffen wo alle sozusagen sich frei und frei organisieren können frei ihre Leben selbst ihre Leben gestalten können und sich nicht in dem Sinne einschränken lassen müssen sondern ihr Leben selbst verwirklichen können und zwar alle Menschen alle nicht die einen gegen die anderen sondern alle miteinander sonst ist es keine richtige Freiheit aber die Schlussfolgerung die er daraus zieht die ist dass er eben sagt das geht eben nur einer ganz bestimmten Organisationsform hier ist es erstmal nur angedeutet da hat er eine ganz bestimmte Idee nämlich die sollen sich in Gruppen zusammenschließen und die Gruppen in Assoziationen und dann die wieder in größeren Gruppen und so in der Region und so weiter gibt es da eine ganz bestimmte Vorstellung wie die sich denn jetzt zusammenschließen sollen nämlich so anarcho-kommunistisch und und das finde ich eben spannend hier dieses dieser ethische Gedanke ja wir brauchen wir wollen eine Gesellschaft verwirklichen wo wirklich die Einzelnen selbstbestimmt leben können und sich frei entscheiden können aber dafür braucht es eben so eine anarcho-kommunistische Organisation also er sieht sozusagen den Anspruch des Individualismus aber er löst es in Richtung Anarcho-Kommunismus in Richtung Kollektivismus auf beim Individualismus ähm gibt es auch natürlich wieder tatsächlich hier habe ich ganz viele Texte gefunden ja seht ihr hier oben irgendwie verschiedene das ist zum Beispiel Benjamin Tucker das ist Renzo Novatore das ist Emil Armand ähm gibt es auch Individualistinnen die das in eine Richtung auflösen und hier habe ich den Text von Renzo Novatore das war ähm ein italienischer Mensch wie auch andere der eben einen ganz starken Egoismus gemacht hat der hat so geschrieben in seinem Text so ja heute heute wollen ja irgendwie alle Individualismus also alle finden irgendwie das Individuum total gut und so weiter und er hat halt gesagt also ich finde es total ein Quatsch euer Individualismus selbst die Kommunisten die sagen ja auch dass sie irgendwie die Individuen befreien wollen ich finde das alles Quatsch ich mache einfach einen Egoismus ich will einfach auf die Moralgesellschaft halt wirklich scheißen sozusagen ähm und ähm und es geht nicht darum was gut oder schlecht ist sozusagen sondern es geht darum mich selber irgendwie zu zu befreien und ähm ja und da schreibt er hier der Anarchist der Kommunismus will und der Individualist der eben Anarchie möchte die verstehen nicht dass die eben gefangen sind und zwar ganz fest gefangen sind in den Fesseln von einer kastrierenden Soziologie und in dem Gejammer von einem Humanismus der ein schleimiger eine schleimige Verblendung des individuellen Nichtwillens und von pseudo-christlicher Moral ist also er sagt die Leute die streiten sich halt irgendwie die einen sagen ja mach doch mal ein bisschen mehr Kommunismus mach doch mal ein bisschen mehr Liberalismus oder Individualismus und so weiter und er sagt halt einfach mich interessieren diese Debatten nicht das ist nur so ein Kopfding so ne also ihr überlegt euch wie kann man denn das gut austarieren scheiß drauf es geht mir um die Befreiung der Individuen und deswegen finde ich das sehr sympathisch weil das überhaupt nicht meine Position ist aber ich finde das irgendwie ziemlich interessant wenn Leute halt einfach ziemlich konsequent so Dinge halt durchziehen und das hat er dann auch tatsächlich so gemacht also der ist dann ja der hat dann halt so Leute individuell enteignet und war dann in so einer Gang und wurde dann halt von Faschisten in der Zeit dann auch irgendwie abgeknallt 1921 ja weil er dann halt so einfach enteignet hat so genau und und trotzdem war das so dass der sich in die Debatten seiner Zeit eingebracht hat also der hat trotzdem in anarchistischen Zeitungen geschrieben also eher tatsächlich auch ja so poetische Texte oder sowas in der Art und das ist wichtig wenn er das nicht gemacht hätte dann wird er jetzt hier bei mir auch nicht vorkommen so sondern er hat sich eben schon auseinandergesetzt mit dieser anarchistischen Szene und da halt so ein Input reingedroppt so löst dieses Spannungsfeld aber einseitig auf weil er sozusagen die Debatten kennt er sagt okay die streiten sich hier darum diese verschiedenen Lager wie man das jetzt richtig verwirklicht und so weiter also er kennt die Debatten er kennt die Diskussion von Leuten und so weiter wie man das jetzt einrichten kann und so weiter aber er sagt okay es interessiert mich nicht ich schlage mich ganz hart auf die Seite des Individualismus okay dann wird es so ein bisschen pieciger sozusagen dann gibt es Leute die das so vermitteln wollen ja also von der Individual Anarchistischen Seite zum Beispiel hier Oscar Wilde oder Leo Toystoy Aldous Huxley David Dellinger oder Crispin Sartwell das sind Leute die das Spannungsfeld von Individualistischer Seite aus gesehen vermitteln wollen zum Beispiel hier dieser Text von Aldous Huxley den Titel habe ich leider gerade vergessen da muss ich nochmal nachgucken und der sagt eben statt Potenzial zur Veränderung der Gesellschaft in ökonomischen Reformen in der militärisch abgesicherten Hegemonie einer Nation oder in einer bewaffneten Revolution oder der Diktatur einer bestimmten Klasse zu suchen das heißt sozusagen statt jetzt irgendwie den staatskommunistischen Weg statt jetzt eben den nationalistischen Weg statt jetzt irgendwie so ein Putschversuch oder sowas in Art stattdessen gibt es Menschen die eben versuchen das Problem wie man die Gesellschaft verändern kann wie man das Problem von der anderen Seite eben anzugehen und die glauben dass ein wünschenswerter gesellschaftlicher Wandel nur verwirklicht werden kann und nur gelingen kann wenn sich die Menschen selber verändern die die Gesellschaft sozusagen bilden also das klingt erst mal so als wäre das jetzt sozusagen erst wir verändern uns und dann verändert sich die Gesellschaft so haben die das auch so ein bisschen gemacht also der war so in so pazifistischen Gruppen in Großbritannien halt unterwegs aber das ist nicht so gemeint wie ich muss mich selber alleine verändern sondern das ist so gemeint dass wir uns in Gruppen zusammenschließen und da halt einen Unterschied machen also es wird schon gesehen dass wir Teil der Gesellschaft sind durch die geformt und so weiter aber wenn wir uns zusammentun dann können wir als eine Gruppe als so eine intentionale Gemeinschaft einen Unterschied machen und das haben die tatsächlich in so pazifistischen Gruppen gemacht und die pazifistischen Gruppen hatten halt auch tatsächlich in dieser Zeit eine ziemliche Stärke und hatten auch so ein bisschen Schmackes weil die ziemlich entschlossen waren weil die einfach sich ziemlich gut mit sich selber auseinandergesetzt haben zum Beispiel auch mit der Gewalt in der Gesellschaft und was die Gewalt in der Gesellschaft mit ihnen zu tun hat der Krieg und so weiter was hat das mit ihnen zu tun und wie können sie mit der Gewalt in der Gesellschaft selber wirklich brechen wie können sie damit anfangen und so sieht er halt beides er sieht wie Menschen durch Gesellschaft geformt werden er sieht aber auch dass sie einen Unterschied machen können individualistisch schon bei uns selber anfangen aber eben als nicht Idee sozusagen dass wir besser werden sondern dass wir tatsächlich damit die Gesellschaft verändern und so eine Vermittlung findet auch statt auf der kollektivistischen Seite wer hätte es gedacht also zum Beispiel bei dem Text von Sebastian Forre von Errico Malatesta von Johann Most oder von diesem Ademar Schwitz-Gübell und noch verschiedene andere Texte auch neuere die ich gefunden habe Johann Most der macht das hier zum Beispiel relativ ganz gut klar auch ein ziemlich alter Text wo er schreibt Individualismus und Kommunismus sind keine unversöhnlichen Gegensätze sondern nur bei der Einführung des Letzteren kann die individuelle Freiheit aller gewahrt werden sodass also diese beiden Prinzipien eigentlich miteinander stehen und fallen der Genuss der individuellen Freiheit bedeutet Anarchie und diese ist nicht denkbar wenn ein Verhältnis des Privateigentums das heißt der Kapitalismus wenn der existiert ihre Vorbedingung ist also der Kommunismus und das ist eigentlich erstmal gar nicht so spektakulär das schreiben alle diese Anarcho-Kommunistinnen die schreiben alle Individualismus Kollektivismus ja wir wollen die Befreiung der Einzelnen deswegen brauchen wir Kommunismus schreiben die alle ich hab den Text jetzt hier genommen weil das einfach so ein recht früher Text ist wo er ja auch sagt nein das sind ja keine Gegensätze aber ihr Individualanarchistin versteht halt dass es nicht funktioniert ohne dass wir wirklich den Kapitalismus überwinden weil der setzt uns in Konkurrenz zueinander der sorgt dafür dass die einen Arm und die anderen reich sind dass es halt eine Klassenspaltung gibt und die Leute sich bekämpfen dafür brauchst dann wieder Polizei und Militär die das unterdrücken wir müssen auf jeden Fall den Kapitalismus abschaffen sonst klappt das auch nicht mit eurer individuellen Freiheit deswegen brauchen wir in Anarchokommunismus so okay noch ungefähr sieben Minuten oder zehn dann gibt es aber noch diese dritte Position das hatte ich ja vorhin gesagt also wir hatten jetzt halt so diese Ignorierung davon dass es so eine Spannung gibt zwischen Einzelnen und Gemeinschaft ich hatte davon gesprochen dass sowohl die Individualistin als auch die Kollektivistin da gibt es welche die das in eine Richtung auflösen dann eben Leute die versuchen das halt zu vermitteln aber es gibt eben auch welche die versuchen das dritte halt zu finden und zum Beispiel in diesem Text von Michael Bakunin den ich halt vorhin schon mal erwähnt hatte von Peter Kropotkin aber eben auch neuere wie Chiara Bottici macht das in einem Text oder John Clark dessen Buchtitel ich auch gerade vergessen habe aber den ich auch eigentlich ziemlich lesenswert fand leider auch auf Englisch aber ja so und hier zum Beispiel Peter Kropotkin längeres Zitat wie macht er jetzt die Synthese und er schreibt in seiner Ethik die wichtigste heute der Ethik gestellte Aufgabe besteht darin das gemeinsame zweierreihen entgegensetzter Gefühle im Menschen zu finden und so den Menschen zu helfen nicht einen Kompromiss nicht eine Abmachung zwischen ihnen sondern ihre Synthese ihrer Verallgemeinerung zu finden einige dieser Gefühle treiben den Menschen dazu sich in seinem persönlichen Interesse anderen untertan zu machen untertan vielleicht nicht aber während andere Gefühle ihm zur Vereinigung mit den Menschen veranlassen um mit vereinten Kräften gegebene Ziele zu erreichen also er sagt wir haben halt beides in uns ja also wir haben halt das Bedürfnis und das Interesse dass wir unser eigenes Ding machen unser Leben selber verwirklichen uns da nicht reinreden lassen das genau dass wir unser Leben einfach leben aber wir wir haben auch genauso das Bedürfnis dass wir uns an anderen orientieren gucken wie machen die das dass wir uns mit anderen zusammenschließen und einfach was Gemeinsames verwirklichen vielleicht uns auch zurückstellen aber das Zurückstellen ist vielleicht auch die Grundlage dafür dass ich wieder mein eigenes darin auch finde und beides ist da sozusagen und auch gerade in unserer modernen Gesellschaft hat sich hat sich beides entwickelt die sind zwar so ein bisschen entgegengesetzt diese Gefühle gerade wenn man jetzt mal keinen Bock hat auf das Gruppentreffen und die ewige Diskussion die da wieder entsteht kennen Leute das von euch vielleicht auch gehe ich da jetzt hin oder nicht ja ich möchte eigentlich zur Gruppe nein eigentlich möchte ich lieber Fernsehen gucken ich weiß nicht so genau vielleicht so also das das beißt sich aber er sagt nee es geht ja nicht darum jetzt da einen blöden Kompromiss zu finden oder jetzt nur zu sagen ich stelle mich nur zurück sondern halt zu gucken wie können wir diese Gruppe einrichten oder diese Gemeinschaft damit die Einzelnen da nicht untergehen genau und das ist die Idee und das ist für ihn die Grundlage eben einer modernen Ethik einer Ethik die ohne Gott auskommt und die die wir von uns selber eben organisieren und auf der Seite so ein bisschen von den Individualistinnen da habe ich eben auch nochmal geschaut gibt es da welche und tatsächlich habe ich auch Leute gefunden die diese Synthese eben versuchen zu verwirklichen hier Bob Black hier Saul Newman und den Text den habe ich aber von Gabriel Kuhn in seinem Buch Jenseits von Staat und Individuum da schreibt er diesmal erstaunlich kurz Anti-Individualistische Praxis will nicht die Befreiung des Individuums vom Staat sondern richtet sich gegen die Erzeugung des Individuums durch den Staat also es geht ihnen schon um so einen autonomen Gedanken oder ja ich verstehe eigentlich was anderes unter Autonomie aber er würde es als autonom beschreiben dass wir uns selber als Individuen erstmal autonom selber bestimmen aber gerade damit wir das tun können müssen wir halt auch verstehen dass wir wirklich durch die Gesellschaft erzeugt werden und wir können jetzt nicht einfach so nur irgendwie aus unserem Bauchgefühl raus irgendwie rebellieren also können wir auch machen aber das ist nicht emanzipatorisch sondern wir müssen schon verstehen woher kommt zum Beispiel meinen Frust dass ich rebellieren will der ist ja total richtig und berechtigt aber ich muss auch verstehen woher herkommt und dass ich selber ja durch den Staat eben geformt bin und dann kann ich erst richtig rebellieren und emanzipatorisch werden das steckt da so ein bisschen drin so und jetzt bin ich tatsächlich bei den letzten bei der letzten Möglichkeit angekommen nämlich das als eine Paradoxie zu begreifen also ich hatte gesagt es gibt Leute es gibt Individualistinnen und Kollektivistinnen jeweils die sagen ich sehe das Problem gar nicht und so weiter und sich dann so ein bisschen raushalten meiner Ansicht nach dann gibt es welche die sehen das aber lösen das in eine Richtung auf es gibt Leute die wollen das eben so vermitteln und so die Argumente oder so die Gedanken abwägen und welche die versuchen eine Synthese zu schaffen aber es gibt auch eben ein paar anarchistische Autorinnen die sagen das ist so verschränkt dass das ist eine Paradoxie ist es ist wie so ein kompletter Knoten irgendwie wir können das wir werden das Problem nicht lösen wenn wir sagen das sind irgendwie zwei Seiten die man so irgendwie so ausbalancieren muss sondern es ist viel ineinander verstrickter und die Texte die ich genommen habe waren von Gustav Landauer von Martin Buber hier von Wolf Kanzen von dieser Frau Nancy Portwood Stacer heißt die ich glaube Nancy ja und von dem hier ja was meine ich damit das Zitat was ich jetzt bringe das ist so ein bisschen verschwurbelt das ist Martin Buber der hat so ein bisschen den Anschluss an Gustav Landauer gemacht und Gustav Landauer ist auch schon extrem schwurbelig also es ist eigentlich nicht schön unbedingt die Texte von ihm zu lesen außer dieser Aufruf zum Sozialismus oder so also es gibt schon ein paar die sind ein bisschen besser aber so seine Theorie Sachen da dreht er echt ganz schön ab aber es liegen halt trotzdem spannende und sehr eigene Gedanken auch bei denen drin in dieser Richtung und so auch bei Martin Buber in diesem Buch Start Pfade in Utopia ich lese das mal vor dann merkt ihr was ich meine mit den Geschwurbel also der schreibt Zellengewebe Gesellschaft ist ein weitgehend autonomes sich von hin her ausformendes und umformendes Miteinander von Menschen Gesellschaft besteht ihrem Wesen nach eben nicht aus losen Individuen sondern aus Gesellungseinheiten und ihren Gesellungen so Haufen denke ich da immer so Ballen von Menschen irgendwie dieses ihr Wesen ist durch den Zwang der kapitalistischen Wirtschaft und ihres Staates fortschreitend ausgehöhlt worden sodass der moderne Individualisierungsprozess sich als Atomisierungsprozess vollzog naja gibt da halt auch noch so ein paar andere Stellen was da drinsteckt ist halt einfach sozusagen die Herangehensweise zu sagen es ist einfach komplett nicht vorstellbar dass wir ohne Gesellschaft sind und dass wir jetzt irgendwie dann Widerspruch empfinden zu den anderen oder auch zur Gemeinschaft oder der ganzen Gesellschaft ist ein Problem dieser Gesellschaft ist ein Problem was ganz stark auch durch den Kapitalismus und den Staat sozusagen entstanden ist der uns der uns halt vereinzelt aber eigentlich sind wir durch und durch Gesellschaft und die Gesellschaft wiederum besteht halt trotzdem nur aus einzelnen Menschen die halt unterschiedlich handeln können und deswegen auch was verändern können und deswegen ist das eine Paradoxie es greift einfach so stark ineinander dass ich das gar nicht ausklamüsern kann und der Widerspruch zwischen Individuum und Kollektiv ist halt ein scheinbarer er wird uns durch die Gesellschaft aufgedrückt aber wenn wir verstehen dass wir in uns einfach die Gesellschaft haben und die Gesellschaft aus einzelnen besteht können wir uns anders verhalten können wir einen Unterschied machen und ich glaube das ist jetzt tatsächlich hoffentlich das letzte Zitat und dann bin ich durch und so ähnlich schrieb das auch der Daniel Davis meine Güte ich habe ihn nochmal getroffen ja genau der hat auch einen ganz netten Artikel geschrieben wo er das mit diesem Problem sozusagen Individuum Gesellschaft im Anarchismus auseinandergesetzt hat und ich fand ihn auch sehr nett und er schreibt da drin eben so am Ende von diesem Artikel in dem er so ein bisschen die Debatte darstellt so also manchmal gibt es eben sozusagen Forderungen an Individualität und auch eben an Gesellschaft die nie voll und perfekt versöhnt werden können auch nicht in einer idealen Anarchie die und das scheint dass es irgendwie so ein Manko vom Anarchismus ist das scheint dass der Anarchismus irgendwie zu kurz denkt weil er dieses Spannungsfeld von Individualismus und Kollektivismus weil er das nicht auflösen kann aber schreibt Davis eigentlich ist das die große Stärke des Anarchismus dass er das nicht auflöst sondern dieses Spannungsfeld aufrechterhalt anarchistische Theorie und Praxis sind dort eben am wahrsten am richtigsten und sind dort treffen dort am ehesten das worum es im Anarchismus seiner Ansicht nach eigentlich geht nämlich auch diesen Wert dieser gemeinschaftlichen Individualität wenn die bestimmte Sachen nicht machen und wenn sie vermeiden dass sie einerseits sagen Individualismus und Kollektivismus oder Einzelne und Gemeinschaft das ist eine unüberbrückbare Kluft oder so das sind einfach zwei Sachen die kann man einfach nicht zusammenbringen sozusagen also indem man sagt das soll man halt nicht machen zu sagen das sind unüberbrückbare Sachen die nie zusammenkommen werden Individuum und Gemeinschaft und auf der anderen Seite sollen wir nicht so rangehen und sagen ja in der perfekten Anarchie ist das einfach versöhnt da fällt es dann zusammen und wir sind dann alle so gemeinschaftliche Einzelne und so weiter und alles ist geklärt und dahinter steckt für mich einfach die Frage oder die Aufforderung zu sagen wenn wir sozusagen das so ernst nehmen und sagen okay Ziel aller verschiedenen Anarchisten ist es tatsächlich so eine gemeinschaftliche Individualität zu verwirklichen also uns zu überlegen wie können wir halt uns selber verwirklichen unsere Leben selber gestalten wie können wir das einrichten dass das wirklich alle Menschen können und wie können wir gleichzeitig uns gemeinschaftlich orientieren und in Gemeinschaft sein und auch kollektiver werden sozusagen in der Gesellschaft die auch heute hart individualistisch ist und uns andererseits die ganze Zeit irgendwelche abstrusen Konstrukte wie die Nation irgendwie aufdrückt in die wir uns unterordnen sollen das sind halt zwei Kehrseiten und ich habe das jetzt so dargestellt oder jetzt hier auch am Ende mit der Paradoxie nicht dass ich das nur gut finde und das andere schlecht darum geht es nicht aber um die Frage tatsächlich offen zu halten weil ich nicht die Antwort habe so ich weiß nicht wie sich das super gut vermitteln lässt ich finde die Frage auch einfach spannender als die Antwort so weil ich glaube wenn wir das wenn wir das wollen sozusagen so eine gemeinschaftliche Individualität wie das zusammenkommen kann dann ist das halt ein Prozess wir müssen das aktiv miteinander machen und das ist sehr unspektakulär da geht es einfach wieder zurück in die Frage wie funktioniert das wenn ich in die Gruppe gehe was sind meine Bedürfnisse Wünsche Interessen in dieser Gruppe sehe ich das da erfüllt oder nicht aber wie schaffen wir es trotzdem uns nicht irgendwie gegeneinander in Konkurrenz zu sehen sondern uns wirklich aufeinander beziehen und zu beziehen und Affinitäten Beziehungen zueinander entwickeln die tief greifen damit wir mehr verwirklichen sozusagen auch wenn das eine eigene Arbeit ist ja und das ist am Ende das hatte jetzt was ich gesagt habe hatte jetzt gar nicht so viel mit dieser mit diesen Studienzeug zu tun was ich euch dargestellt habe sondern ich glaube ich bin da jetzt einfach hingekommen weil das für mich halt tatsächlich irgendwie ziemlich spannende Sachen sind und ich selber daran einfach nochmal merke ja das ist tatsächlich so eine Grundfrage wie geht das zusammen die Einzelnen und die Gemeinschaft ich brauche da nicht die Antwort ich brauche da auch nicht unbedingt jetzt eine von den Personen die mir jetzt sagt ja das könnte eine super Antwort sein ich finde das Problem einfach spannend und es ist ein Problem der Gesellschaft es ist kein Problem was es nur am Anarchismus gibt aber wir können gucken was haben Anarchistinnen vor uns gesagt oder geschrieben oder was weiß ich wie sind die mit dem Problem umgegangen wie gehen wir selber damit um wie gehen andere Gruppen damit um um was gemeinsames tatsächlich zu entwickeln wie spät ist es denn ja das reicht vielleicht auch ja gut okay also dann danke dass ihr so lange zugehört habt ja ja just mal applaudissements 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.